Das Produkt, um das es heute gehen soll, wird vom Hersteller selber als der beste Freund des Rasenroboters angepriesen. Ich persönlich glaube, dass das nicht so ganz stimmt und warum ich das glaube, klären wir im heutigen Video. Viel Spaß! Eigentlich dreht es dieser Kanal ja eher hier um Tech-Gadgets, Smart Home, Apps, Software und so weiter, aber heute machen wir mal wieder einen kleinen Abstecher in den Garten. Und wenn es ums Rasenmähen geht, hat ja jeder so seine eigene Strategie und auch Philosophie. Meine würde theoretisch eher darin bestehen, dass der Rasenmähroboter alles macht. Wirklich jeden Zentimeter im Garten. Und das macht er eigentlich auch, zumindest den Großteil davon. Vor dem Haus und ein paar kleinere Ecken am hinteren Teil des Grundstücks macht er nicht. Das liegt zum Teil an Zäunen und auch daran, dass in diesen anderen Ecken auch mal ein Kind spielt und ja, da soll er halt nicht die ganze Zeit rumfahren. Das ist so ein kleiner Safe Space. Und was er eben auch nicht so perfekt kann, sind Kanten bzw. Konturen zu mähen. Das ist natürlich alles nochmal besser und einfacher, wenn man überall Mähkanten geflastert hat. Soweit bin ich aber noch nicht, aber das wird hoffentlich auch eines Tages soweit sein. Hoffentlich. Nun gibt es da ja auch verschiedene andere Lösungen wie Rasentrimmer oder so Grassscheren, die man über eine Teleskoparmverlängerung mit Rädern zu einer fahrbaren Grassschere machen kann. Aber die sind entweder nicht so ergiebig genug oder machen da Dreck, wo man gar keinen Dreck haben will. Und da bin ich neulich im ortsansässigen Baumarkt über den Gloria Fine Cut gestoßen und auch über den Claim, der beste Freund des Rasenroboters. Das hat mich natürlich doch etwas neugierig gemacht und deswegen habe ich bei der Firma Gloria einfach mal angefragt, ob ich das Ding nicht mal testen kann. Dem haben sie netterweise zugestimmt und an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön. Ich persönlich kannte die Firma Gloria eigentlich nur durch diese gelb-blauen Sprühflaschen, um halt irgendwelche Gräser oder Hecken einzusprühen, aber scheinbar machen sie mittlerweile auch Reinigungs- und Gartengeräte. Ziemlich cool, könnt ihr euch ja alles mal gerne anschauen. Im Paket finden wir den Fine Cut, beziehungsweise die Einzelteile des Fine Cut, einen Imbus sowie den Akku plus Ladegerät. Kurz zwei Worte dazu. Es handelt sich hier um einen 18 Volt und 2,5 Ampere Stunden Akku von der Firma Bosch. Quasi den, den man in allen Geräten benutzen kann, der mit diesen Akkus kompatibel ist. Das sind mittlerweile einige Firmen. Der liefert in der Größe so ungefähr 60 Minuten Laufzeit für den Fine Cut. Ich glaube, in der größeren Größe kann er es bis zu 90 Minuten oder so liefern, aber auch die 60 Minuten sollten für das, für das der Fine Cut eingesetzt wird, eigentlich ausreichen. Und es gibt eine Version mit und eine Version ohne Akku. Das heißt jetzt nicht, dass der ohne Akku mit Strom läuft, sondern da ist einfach kein Akku in der Verpackung, was aber doch praktisch sein kann, wenn man eben schon ein paar von diesen Bosch-Akkus zu Hause hat und gar keinen weiteren mehr benötigt. Ich hatte noch keinen, also war ich ganz froh, dass einer dabei war, sonst hätte ich mir noch einen besorgen müssen. Aber ich bin auch froh, dass Gloria hier nicht auf ihre eigene Akkulösung gegangen ist, sondern halt wirklich etwas schon Vorhandenes vom Markt genommen hat und sich dem quasi mit angeschlossen haben. Wenn die jetzt auch wieder einen eigenen Akku gebaut hätten, dann hätte man einen Akku für ein Gerät, was man jetzt nicht jeden Tag benötigt und ja, steht eh schon genug Zeug rum, dann wäre es noch ein Teil mehr gewesen. Alles nach allem ist der Fine Cut aber relativ schnell aufgebaut. Man muss eigentlich nur die Stangen ineinander stecken beziehungsweise noch ein bisschen festdrehen und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Das Handling könnte einfacher nicht sein. Da ist ein Knopf im Griff integriert und daneben ist noch ein Knopf, wenn man beide gleichzeitig drückt, beziehungsweise erst den seitlichen und dann den im Griff kurz danach, dann fängt der Fine Cut auch schon an zu mähen. Am Griff selber hat man übrigens eine Akkuanzeige, was ich ziemlich praktisch finde, weil der Bosch-Akku seinen Ladestand selber gar nicht anzeigen kann. Deswegen ist es schon ganz gut zu wissen, wie viel Power man noch so hat. Und übrigens, wenn es mal sehr warm ist, kann dieser Akku wirklich überhitzen. Das ist mir tatsächlich passiert in diesen heißen Tagen, wie wir sie jetzt in den letzten Wochen hatten. Aber nur einmal tatsächlich. Dann muss man den kurz rausnehmen, einmal ins Haus legen, bis runterkühlen lassen. Das dauert dann so ein bisschen, aber dann geht er auch wieder. Das erkennt man übrigens daran, dass er überhitzt ist, wenn alle vier LEDs an dieser Akkuanzeige gleichzeitig aufleuchten und der Fine Cut halt auch nicht mehr angeht. Die verbauten Doppelmesser liefern wirklich richtig gute Ergebnisse. Und naja, das ist auch schon relativ wichtig, dass diese Messer, die da verbaut sind, fürs Kantenschneiden oder Konturenschneiden, Randschneiden, was auch immer, eine gute Qualität haben, sodass man eben nicht noch fünfmal über die Stellen rübergehen muss. Gloria hat auf diesen Messerschutz extra draufgeschrieben, dass man den nach jeder Benutzung ölen soll. Das habe ich jetzt vielleicht noch nicht so oft gemacht. Allerdings habe ich das auf jeden Fall vor. Spätestens dann, wenn es zur Herbstpause hingeht, da das Ding noch mal ein bisschen zu ölen und dann im Frühjahr natürlich auch wieder vor dem ersten Einsatz. In ein paar von meinen Videos ist der damit geschnittene Rasen relativ hoch gewachsen. Das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, dass das Absicht war, aber das war wirklich teilweise Absicht, weil ich natürlich auch mal sehen wollte, wie das so mit ein bisschen dicker und höher gewachsenem Gras klarkommt. Und vor allem sieht man dann auch in den Videos viel bessere Ergebnisse. Und man kann sehen, was da alles so liegen bleibt und wie gut der jeden Halm da abschneidet. Für ein leichtes Arbeiten ist ein gutes Handling auch wichtig und der Fine Cut wiegt ungefähr 2,7 Kilo, also der ist wirklich leicht. Und hat damit auch ein sehr gutes Handling und lässt sich easy von A nach B bewegen oder mal kurz rumtragen und schiebt sich nicht so schwer. Allerdings habe ich an vielen Stellen relativ unebenen Boden. Hier wäre dann so ein bisschen mehr Gewicht gar nicht so schlecht, weil dann würde er sich auch da leichter schieben lassen. Also da, wo es uneben ist, habe ich schon zu tun und muss öfter mal neu andrücken und muss öfter mal so ein bisschen rüberfahren. Aber das ist natürlich in jedem Grundstück wieder anders. Wenn hier alles glatt wäre, wäre mir das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Was ich wirklich gut finde, ist die große Schnittbreite. Die 25 Zentimeter sind groß genug, um noch an enge Stellen ranzukommen, also dass die da noch dazwischen passen, wie zum Beispiel an den Sandkasten oder so, den ich damals geistesgegenwärtig irgendwie zu dicht an die daneben liegende Fläche gebaut habe, um nicht mehr mit dem Rasenmäher durchzukommen. Da ist der Fine Cut perfekt für. Aber er ist auch breit genug, um genug von der Kante abzunehmen, sodass man nicht zwei Bahn fahren muss. Der Abstand zur Kante von meinem Works Landroid Rasenroboter sind vorgegebene 26 Zentimeter. Wenn man jetzt so überlegt, ist das eigentlich ziemlich passend, dass der Fine Cut wirklich genau 25 Zentimeter abnimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Einstellungen bei anderen Robotern mit Draht sind. Wenn das auch so 25, 26 Zentimeter sind, dann könnte man ja fast meinen, dass Gloria sich bei den 25 Zentimeter breiter etwas gedacht hat. Und wer es noch breiter will, der muss zur Gloria Multi Brush greifen. Das ist eigentlich so eine Universalbürste, deren Aufsätze man wechseln kann. Für Rasenkanten, für Terrassensäuberung, Rasenbelüftung, Vertikutieren und so weiter und so weiter. Und für den gibt es jetzt auch einen Fine Cut Aufsatz. Und da hat er sogar 36 Zentimeter Schnittbreite. Also nochmal gute 10 Zentimeter mehr, wo das notwendig ist. Der kann natürlich auch da gerne zuschlagen. Ich finde die Multi Brush auch sehr interessant. Und ich glaube, ich werde mir die dieses Jahr auf jeden Fall nochmal anschauen. Wenn ihr dazu auch gerne ein Video wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Und wenn ihr das dann nicht verpassen wollt, dann abonniert natürlich sehr gerne den Kanal hier. Ich bin mit den Mähergebnissen wirklich sehr zufrieden. Für den unebenen Boden bei mir kann ja Gloria eigentlich nichts. Und auch hier muss ich sagen, mit ein bisschen Übung und wenn man so seine Stellen kennt, wo es ab und zu mal ein bisschen holpriger wird, dann kann man hier auch noch wirklich viel bessere Ergebnisse erzielen. Und wie eben auch schon gezeigt, ist hohes Gras auch kein Problem. Auch hier wird alles ordentlich abgeschnitten und jeder Halm wird einmal berücksichtigt. Der Griff vom Fine Cut hat für mich die perfekte Höhe. Ich bin so 1,72m groß. Das heißt, der ist genau auf der richtigen Höhe für mich, dass ich mich mit ihm fortbewegen kann. Wenn man den irgendwie ein bisschen steiler oder geneigter haben will, dann kann man das relativ einfach unten am Gerät verstellen. Da gibt es so zwei Knöpfe, die drückt man ein und dann kann man den Neigungswinkel einstellen. Wenn man den ganz nach oben stellt, bleibt der Fine Cut sogar stehen und kann ganz brav in die Gartenhütte verstaut werden. Und die Verstellposition ganz nach unten ist natürlich mega praktisch, wenn man unter einem Objekt mähen will. Das habe ich jetzt noch nicht so oft, aber bei uns wird ja auch bald ein Spielhaus hingebaut und spätestens dann ist so unter der Rutsche mähen relativ easy mit dem Fine Cut machbar. Auch das kann mein Gras-Scheren-Teleskop-Rollgerät nicht bieten. Also dementsprechend ein großer Pluspunkt hier für den Fine Cut. Die Schnitthöhe kann man auch einstellen, allerdings nicht ganz ohne Aufwand. Hier muss man die Räder abmontieren bzw. ummontieren. Das sind da so drei Löcher an den Seiten bzw. an jeder Seite vorgegeben. Und wenn man sie dann eins tiefer setzt, verstellt man eben damit die Schnitthöhe. Das macht man ja nicht ganz so oft. Dementsprechend ist es auch nicht so mega schlimm, dass man das nicht irgendwie über einen Knopf oder so machen kann oder einfach so runtersetzen kann. Das wäre cool, aber wie gesagt, dadurch, dass man das jetzt wahrscheinlich nur einmal oder vielleicht mal so alle paar Wochen mal ändert, finde ich es jetzt nicht so dramatisch. Mein Fazit. Ich würde gerne nochmal auf diesen Claim der beste Freund des Rasenroboters eingehen. Und das stimmt auch so fast. Allerdings würde ich gar nicht sagen, dass das nur für Rasenroboter der Fall ist. Ich finde, selbst wenn man keinen hat und einen normalen Rasenmäher benutzt, ist das Ding auch perfekt. Denn der normale Rasenmäher kommt auch nicht an die kleinen Stellen ran oder an die engeren Stellen oder kann Kanten auch nicht so gut schneiden oder Konturen. Auch da, finde ich, ist der Feinkart eine richtig gute Ergänzung. Und wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann würde ich es gut finden, wenn man die Neigung der Stange direkt über den Griff verstellen könnte oder über einen einfacheren Mechanismus. Weil wenn man halt den Winkel wirklich verstellen muss, muss man den Feinkart immer ausmachen, muss erstmal an das Kopfende die Knöpfe drücken, dann das richtig einstellen und so weiter. Ich finde es cool, wenn das so funktionieren würde, wie bei kabellosen Staubsaugern, weil mit dem kann man ja auch theoretisch, ohne dass man da eingreifen muss, unter der Couch oder unter dem Sessel saugen. Vielleicht ist das ja was für eine nächste Generation. Preislich liegt der Feinkart bei 219 Euro mit Akku und 139 Euro ohne Akku. Wer jetzt so ein bisschen rechnet, sind das 80 Euro für einen Akku plus Ladegerät. Der kostet einzeln aber nur 40 Euro mit Ladegerät tatsächlich. Also wenn man da jetzt ein bisschen aufpasst und ein bisschen clever einkauft, kann man sogar noch Geld sparen oder sich für den gleichen Preis direkt zwei Akkus kaufen. Ich habe euch auf jeden Fall die Akkus und den Feinkart und alles Weitere unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da einfach gerne mal rein. So oder so gehört der Feinkart von Gloria jetzt für mich zur Rasenroutine dazu und sorgt in meinem Garten für noch bessere und schönere Ergebnisse. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, welche Gartentools ihr benutzt, um schöne Kanten und Konturen hinzubekommen. Das würde mich wirklich interessieren. Oder benutzt ihr vielleicht sogar den Feinkart oder die Multi-Brush mit Feinkartaufsatz oder irgendwas anderes? Dann schreibt es wie gesagt gerne in die Kommentare. Dann können wir darüber noch ein bisschen diskutieren. Ansonsten gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo hier für den Kanal, da um kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, war's für dieses Video. Wir sehen uns allerspätestens beim nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.